Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es auf meinem Kanal schon wieder weiter mit einem Laber-Rhabarber-Video. Ihr wisst, mein Sonntagspodcast. Ich erzähle euch, was ich die Woche über gewerkelt habe und ihr häkelt und strickt ganz schön dann nebenbei oder macht andere kreative Sachen. Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache wir entspannen zusammen. Sucht euch einen Tee oder einen Kaffee und ich versuche mal den Podcast hier ein bisschen rumzukriegen. Ich musste eben schon eine kleine Katze ein bisschen duschen und ich glaube, ich muss es gleich schon wieder tun. Aber nochmal fange ich nicht an. Das kann er knicken. Ja, miau. Ja, du kannst aufhören. Ja, du bist klatschen lassen, ne? Selber schuld. Ja. Okay, das heißt, ich fange jetzt schon das dritte Mal an, meine Folge 118 vorzubereiten. Ich hoffe, dass wir es jetzt hinkriegen, dass Mr. genug geduscht hat und wir in Ruhe hier unser Laber-Rhabarber-Video veranstalten können. Genau. Zum Fahrplan heute. Ich zeige euch wieder, was ich alles gemacht habe. Es ist sehr viel Gehekeltes, kann ich jetzt schon sagen. Es ist auch was Gestricktes dabei, ja. Und es ist noch ein anderes Handarbeiten dabei, was ich euch ja letzten Tage auch immer schon gezeigt habe. Und was haben wir noch? Ja, ich habe ja euch letztes Mal von meinen Kisten erzählt, wo ich eigentlich generell ein Video von machen wollte. Unsere Aussortierungskiste. Wir machen jetzt in jedem Podcast eine Aussortierungskiste, weil ich weiß nicht, ob ich das hinkriege und das ist mir dann nachher auch zu viel Arbeit und sowas, weil ich muss das ja dann auch im Etsy hochladen und also ich habe keine Zeit, um dafür ein extra Video aufzunehmen. Und deswegen machen wir jeden Podcast eine Folge, eine Kiste, das sind drei Kisten, also sind wir da, sind drei Podcasts, sind wir da mit durch und haben das ausgemistet und diese Kisten kommen aus dem Wohnzimmer raus. Das ist das Ziel, weil das nervt mich ein bisschen. Dezent, es nervt mich dezent und ich habe aber keine Zeit, das Video zu drehen. Genau, das ist unser Fahrplan heute. Ich habe wieder mitgebracht meine Strandtunika von der Hinkelsörnsche. Sie ist fertig. Ja, letztes Mal war sie auch fertig, da waren die Fäden noch nicht vernäht, da war sie relativ frisch fertig. Jetzt ist sie komplett fertig und ja, ihr seht, meine Elsa trägt eine 38,40, also die ist relativ, also mehr eine 38, aber ist relativ nicht meine Größe, aber die Tunika nach meiner Größe gehekelt, sieht eigentlich auch wunderbar an ihr aus. Ja, ich kann es nochmal kurz abnehmen. Das ist ein Karl hier auf YouTube gewesen, der ist jeden Freitag gestartet, wie gesagt, bei der Hinkelsörnsche. Wenn ihr das nicht findet, das Video, dann schreibt mir ruhig, ich verlinke euch das nochmal, weil sie hat gerade auch ein Mystery Karl zu laufen, da habe ich auch schon überlegt, ob ich den anstarte, aber ich muss erst mal gucken, beziehungsweise habe ich meine Kiste schon so gut geleert, mein Körbchen, mit meinen Projekten, dass ich eigentlich theoretisch mal wieder was Neues anfangen könnte. Aber ich will mich noch ein bisschen zurückhalten, gerade. Ja, gehäkelt habe ich das mit einer 3 mm Nadel, es ist ein dreifädiges Garn von der, von Wolf, Famous? Wolf, Famous? Wolf, Famous war es, glaube ich. Ja. Also, wenn ihr die anderen Videos anguckt, dann seht ihr das, welches das war von Wolf, Famous. Und ich glaube, es hätte jetzt theoretisch auch noch ein bisschen länger werden können, aber ich bin nach dem Verlauf gegangen und nach dem Verlauf waren immer zwei Reihen mit Farbwechsel. Und wahrscheinlich hätte aber hier dieses Dunkle noch ein bisschen, ein bisschen mehr Farbwechsel haben können. Überleg dir genau, was du tust, Katze. Ich habe die Sprühflasche hier. Ich habe nicht vor, nochmal anzustarten. Okay, also das Oberteil ist fertig. Eine super schöne Anleitung, guckt doch mal vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt und auch ein schickes Sommer-Tunika-Strandoberteil hinkeln wollt oder Kleid, beziehungsweise man kann es ja auch als Kleid. Ich habe jetzt 750 Meter so ca. drin, also 700 Meter so ca. verhäkelt für eine S-M. Ja, ich würde schon sagen, da würde auch eine M reinpassen, eine kleine M. Ja. Genau. Das war Projekt Nummer 1, was ich fertig habe. Und Projekt Nummer 2, was ich fertig habe, liegt hier. Das ist meine Sternendecke. Die bekommt ihr diese Woche. Ja, die könnt ihr als Tischdecke verwenden oder ihr macht es ein bisschen kleiner, macht es als Kissenbezug. Ihr könnt es als Babydecke verwenden. Und gerade wenn es ein bisschen engmaschiger gehäkelt ist, meins ist ja relativ locker, was ja meistens bei Bobbeln so ist. Aber wenn ihr ein dickeres Garten, dann wird das auch feiner. Und dann kann man das wunderbar auch als Babydecke verwenden. Man kann es aber auch als Tuch tragen. Achtung, das Mikrofon. Genau, als Tüschlein kann man die Sternendecken auch benutzen. Gerade gut, wenn man viel Fahrrad fährt, so wie ich, dann sind diese ganzen langen, bauchigen Tüscher nicht so gut. Da ist so ein Sternendeckentuch. Gerade schön. Gehäkelt mit einer 3mm Nadel. Das Garn ist von der Mützenstraße. Eine Knutschkugel. Kann ich euch jetzt aber auch nicht mehr sagen, was genau. Weil fertig ist bei mir Banderole weg. Mit einer 3mm Nadel gehäkelt. Mit der hier, die kann ich euch auch mal zeigen. Damit häkle ich zur Zeit alles. Ich weiß auch nicht. Hier 3mm. Und das ist die Tulip Etimo Rose, glaube ich. Ich glaube, das ist die Rose-Variante. Genau. Mal die Tunika kaputt machen, bitte. Genau, also die Sternendecke ist fertig. Und ich habe, wie ihr seht, aus den Resten, also ich habe es gut wie aufgebraucht, aber aus dem letzten Rest habe ich versucht, wirklich nochmal, oh, hier muss ich noch einen Faden abschneiden, nochmal die 5 Ecken, oh, eine Quaste dazu zu geben. Ja, habe ich jetzt das Kabel, hoffentlich nicht rausgezogen. Jawohl. Also habe ich das Thema Sternendecke für euch auch erledigt. Ihr wolltet eine Sternendecke, also irgendwann wurde sich mir eine Sternendecke gewünscht. Und das hier ist eine sehr, sehr einfache Sternendecke ohne Muster, ohne irgendwas. Aber wir werden wahrscheinlich nochmal eine Sternendecke machen mit ein bisschen Spannung, wenn es wenigstens ein bösen kleines Muster ist, das werden wir noch machen. Aber fragt mich nicht wann. Ich habe da jetzt noch ein bisschen andere Sachen zu liegen, beziehungsweise muss ich schon ein bisschen gucken, worauf ich auch Lust habe, weil sonst wird das alles nichts mit uns hier. Genau. So. Ich habe noch eine Mütze gehäkelt. Die setze ich jetzt nicht auf, weil meine Haare sind heute nicht geeignet für irgendwas. Das ist sonntags meistens der Fall. Auf jeden Fall habe ich hier so eine Fischermütze gehäkelt oder wie man das nennt oder Buckethead, glaube ich. Und zwar habe ich das aus einer Drops-Bell gemacht. Also hier, das hier sind zweimal Drops-Bell und das gelbe ist halt eine angerissene Drops-Bell, genau. Also das ist ein Mischgarn, das heißt Cotton, Viskose und Lein-Gemisch ist da drin. Ja, ich habe es mit einer 3 mm Nadel verhäkelt. Eigentlich normalerweise häkelt man die Drops-Bell mit einer 4 mm Nadel, aber damit es schön eng wird und nur feste Maschen, habe ich eben mit einer Dreie angefangen. Angefangen habe ich hier oben in der Mitte, mir einen Kreis zu häkeln, dann habe ich hier diese Borte mit reingehäkelt und einmal in die Länge gehäkelt. Wieder diese Borte. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, aber ich denke, ihr könnt das gut erkennen. Und dann habe ich Zunahmen gehäkelt und eine Abschlusskante und fertig ist das Mützchen. Genau, das kriegt ihr auch wieder als Video. Das ist noch gar nicht fertig, aber, also gedreht ist es schon, aber das Video an sich ist noch nicht fertig. Ich dachte, das ist vielleicht eine ganz süße Idee, auch für Kinder. Dann müsst ihr den Kreis hier vorne eben ein bisschen kleiner machen. Ja, genau. Ich habe heute echt Ärger von mir, ne? Ey, die vertragen sich den ganzen Tag und wenn ich hier sitze und ein Video drehe, dann sind sie auf Prügelstimmung, ne? Das gibt es doch nicht, ey. Na gut. Boah, ihr geht mir ein bisschen auf den Keks heute, ne? Ähm, fertiges Projekt Nummer zwei irgendwie, weil Nummer eins war ja eigentlich schon fertig. Da muss ja bloß die Fäden vernäht werden. Und das ist für mich denn eigentlich ein fertiges Objekt. Nick dich doch mal schlafen, bitte Katze. Okay, dann machen wir aber weiter in der Hoffnung, dass die Katze mich in Ruhe lässt. Wir haben ein fast fertiges Projekt, also das ist wirklich fast fertig. Und zwar mein Kuschel-Fluschel-Pullover mit dem Garn von der Renate, was ich mal im Tauschbäckchen hatte. Und da will ich mir doch so ein Kropp-Pulli machen. Und ja, es ist ein Kropp-Pulli. Für übers Kleidchen ziehen. Und da ist jetzt mein Ärmelschen Nummer eins fertig mit Bündchen. Dann habe ich hier oben das Bündchen fertig und unten am Körper ist auch das Bündchen fertig. Und ich bin aktuell im zweiten Ärmel. Genau. Und gehäkelt wurde das ja in mehreren Teilen. Also du hast erst das Vorderteil gehäkelt, dann das Rückenteil. Dann hast du das beides verbunden. Ärmelchen dran, die ganzen Bündchen dran und eigentlich ruckzuck fertig. Und alles bloß in Stäbchen und festen Maschen, also nichts Aufwendiges, nichts Kompliziertes. Das Garn waren zwei Knäule dieselben, aber sie sind ein bisschen unterschiedlich von dem Verlauf, also von den Längen des Verlaufes. Also das ist jetzt mein Restknäuel von Arm Nummer zwei oder Arm Nummer zwei und den Rückenteil, kann man so sagen. Und das hier ist Knäuel Nummer zwei für Ärmelchen Nummer zwei und das Vorderteil habe ich draus gemacht. Genau. Aus den Resten wird wahrscheinlich immer irgendwie eine Borde oder irgendwas für irgendwas übrig bleiben. Genau. Das schmeiße ich jetzt nicht weg. Häkel mit einer drei Millimeter Nadel. Und dieses Kuschelgarn ist das Fluffy Cake Yarn. Das sieht so aus. 150 Gramm haben 480 Meter. Ich glaube, ich habe das hier sogar mit einer 3,5er Nadel verhäkelt, aber die ist gerade hier nicht drin. Die habe ich entführt. Ja, ich weiß auch, wo sie ist. Und das hier, womit ich die Bündchen gemacht habe, nicht niesen bitte. Eine schöne chaotische Folge heute. Hier haben wir 100 Gramm bei 238 Metern und das ist dieses Action Garn, das hatte ich auch in einem Tauschpaket. Und ja, das landet in meinem Crop-Pulli. Wie gesagt, für Kleidchen ist das immer super, diese Crop-Teile. Da ich in der Freizeit viel Kleider trage, ist das völlig okay. Und gerade im Sommer am Strand oder so, da macht sich das dann richtig gut. Genau. Also der ist auf einem Fertigwerderweg. Davon wird es keine Anleitung geben. Aus den einfachen Gründen mit diesem Fluffy Garn konnte ich kein gutes Video drehen. Und ihr hättet nichts erkannt dabei. Deswegen habe ich das gedacht, lassen wir das. Aber ich habe ja einen Pullover schon, der so in der Art gehäkelt wird. Das ist der Katie Wanderlust. Hier auf dem Kanal könnt ihr ja mal gucken. Der wird genauso gehäkelt, eben ein bisschen länger. Oder zum Beispiel die Weste auch. Die wird auch so gehäkelt. Genau. Dann machen wir mal ganz gemütlich weiter. Mit was, was ihr kennt. Und dann kommen die ganzen neuen Sachen. Und dann kommt schon unsere Kiste. Genau. Was kennt ihr? Ihr kennt meinen Schal von Melanie Berg. Den ich aus dieser Bumbe. Achtung, ich nehme alles raus. Häkel mit Niki. Häkler, äh, Strecke. Das ist die Sternengalaxie. Sie hat 1000 Meter Lauflänge. Ist vielfältig. Sieht so aus. Und das Garn sieht so aus. Genau. Ich kann das Kärtchen da wieder rein. Und da stricke ich hier schon seit längerem ein Tuch von der Melanie Berg. Ich kann das, äh, äh, ähm, ähm, ich komme nicht drauf, apart irgendwas. Ich gucke gleich. Wir suchen uns gleich die Anleitung raus. Ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Und zwar fing das hier unten an. Und geht dann ganz langsam hoch. Dann kommt ein bisschen Lace. Fragt mich bitte nicht, ob das so aussehen muss. Und Katze, geh mir bloß nicht auf den Keks. Ich hab dich heute schon nicht fressen. Und dann wird's wieder glatt rechts. Dann kommt irgendwann wieder Lace. Dann kommt wieder glatt rechts. Und dann kommt, glaube ich, nochmal Lace. Und stricken tue ich das auf den Nadeln von Lücke. Und das ist die 3,75 Millimeter Nadeln. Die pinken, die Blaschnadeln. Und ja. In Fuchsia, glaube ich. Ich glaube, ich hab Fuchsia. Da gibt's ja dann noch Magenta und dann gibt's noch die kleinen Nadeln. Ich hab die langen Nadeln. Und ja, weil mit den kleinen komme ich nicht klar. Da krieg ich einen Krampf. So. Ich packe es mal kurz erstmal ein. Und dann gucken wir uns das Video dazu an. Denke ich mal. Gezeigt habe ich es, glaube ich, relativ. Das war die Rückseite. Lange. Also ich hab schon einen Farbwechsel. Da war ich das letzte Mal. Fast von den Nadeln gezogen. Also bei der Katze war ich das letzte Mal. Und dann. Kleines Stück ist dazu gekommen. Klitzekleines Stück muss ich noch. Ich glaube. Zehn Zunahmen muss ich noch machen. Und dann kommt wieder das Lace. Genau. Ich glaube. So. Ich zeige euch die Anleitung noch schnell. Also das Lace ist relativ kompliziert. Also für Anfänger, gerade wenn du die Strickschrift noch nicht lesen kannst, ist es relativ kompliziert, weil es jede Reihe was anderes ist. Aber es ist gut beschrieben und man kriegt es hin. Es ist immer schwierig zu sagen, wie es ist. Wie es ist. Das dürft ihr nicht sehen. Und das da. Das da. Das da. Ach da. Together Apart hieß er. Genau. So. Das da ist auch. Vom Garn her sind 1000 Meter natürlich zu viel. Ich glaube, was steht hier, was wir brauchen? Na doch. Hier steht 716 im Verbrauch. Doch. Könnte schon hinkommen. Könnte schon hinkommen. Also. Ja. Braucht man das doch schon. So zurück. Genau. Ja. Haben wir das. Machen wir weiter. Ich habe noch. Ihr habt euch eine Tasche gewünscht. Mehrfach. Und deswegen werde ich eine Tasche häkeln. Aber wir werden eher so eine Bobbeltasche häkeln. Wo wir jetzt nichts für brauchen. Ich möchte aber mit euch noch eine Handtasche häkeln. Dafür habe ich schon bei Hobby meine Bestellung gemacht. Die packen wir irgendwann zusammen aus. Und dann wisst ihr, was wir machen. Jetzt machen wir erstmal eine Bobbeltasche. Und zwar nehme ich dafür die 3,5 Millimeter Nadel. Die ist relativ. Dadurch wird es relativ eng. Und rollt sich auch zusammen. Das ist aber okay. Das stört mich nicht. Wenn ihr das. Aber wenn euch das stört. Dann nehmt lieber größere Nadeln. Ich glaube dieses Garn ist sowieso für größere ausgelegt. Das ist ein Tauschgarn. Ich glaube das hatte ich bei der lieben E-Wähnchen drinne mit. Und in dem letzten Tauschpaket, was ich hochgeladen habe, war auch nochmal ein Knäuel drinne. Und deswegen habe ich gedacht. Und weil so viele Fragen nach einer Tasche kamen. Habe ich gedacht, wir machen jetzt einfach mal eine Tasche aus diesem Textilgarn. Ich habe mir aber auch überlegt, ob wir eventuell mal Textilgarn selber machen. Weil ich habe ganz viel Jersey rumliegen. Und daraus könnte man Textilgarn ja auch selber machen. Vielleicht interessiert euch das. Vielleicht machen wir mal so ein Projekt. Wo wir aus selbstgemachten Textilgarn uns eine Tasche machen. Wir gucken mal. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal das hier als Boden gehäkelt. Ja, es rollt sich eben zusammen. Das liegt daran, weil die Nadelstärke zu eng ist. Aber ich wollte es halt auch so haben, dass mir die Nadel da nicht durch die Löcher flutscht und so. Und das da liegen bleibt. Es gibt immer noch Löcher, wo die Nadel durchgeht. Ja, genau. Und jetzt geht das jetzt eigentlich, ist der Boden so fertig. Weil da würde ich jetzt meine Bobin reinkriegen. Genau. Und geht dann weiter nach oben in die Höhe. Und dann irgendwann kommen wir an. Ich weiß noch nicht, ob wir was zum Schnüren machen. Oder ob wir so wie so ein Rucksack so eine Klappe machen. Wir gucken mal. Wie wir den Verschluss machen. Auf jeden Fall würde ich jetzt eh erstmal in die Höhe gehen. Ja. Das ist mein neustes Videoprojekt, was ich habe, nachdem ich jetzt alle beendet habe. Und das jetzt ein bisschen ruhiger ist, kann ich jetzt ein bisschen ruhiger an den Videos arbeiten. Ich denke mal, wenn ich hier das Podcast-Video fertig habe, werde ich auch erstmal an den hier weitermachen. Genau. Nee, nicht nach da. Da ist es kompliziert. Ich lege es mal hier oben hin. Genau. Das hat nämlich keine Tasche. Darum das ist das Problem. Und dann haben wir hier noch was Neues dran. Da war vorher meine Sternendecke dran. Da ist jetzt ein neues Tuch eingezogen. Ich muss mal alles rausholen dafür, was wichtig ist. Das da. Genau. Also da drinne wohnt von Hegel mit Niki. Die Mama Mia, tausend Meter und vierfädig. Die Mama Mia sieht folgendermaßen aus. So hier. Die ist sehr hübsch, ne? Finde ich auch. Ich wickele sie von außen ab, damit ich sie immer mit überall hinschleppen kann, wie ihr das letzte Woche schon gesehen habt. Und ich mache ein Tuch. Und diesmal wird es kein Viva-Wendetuch. Diesmal wird es einfach nur ein einseitiges Tuch. Und das sieht jetzt so aus. Ich habe den Mustersatz jetzt erstmal einmal gehäkelt. Ich freue mich ein bisschen. Es sieht schön aus. Und ich denke mal, es ist mal was anderes. Ich habe mal mit anderen Mustern versucht zu spielen und mal was Neues auszuprobieren. Ich denke mal, dass das ganz cool wird. Und dass ihr euch darüber freut. Das ist natürlich ein Riesen-Mustersatz, ne? Weil man dieses Muster hier relativ oft wiederholt und dieses ist mit sechsmal auch relativ oft wieder vertreten. Also ich denke mal, dass ich beim Tutorial da ein bisschen abwäge, wie ich das euch erkläre. Wir gucken mal. Weil das wird sonst mit 16 Reihen, mit 16, dann sind ja noch nicht mal alle dabei. Da fehlen ja dann noch ein paar rein, wird das sonst ein Mammut-Video. Und das wollen wir nicht. Es reicht ja schon, wenn die Pullover-Videos immer über Stunden gehen. Obwohl ich damit kein Problem habe. Ich gucke mir das auch immer an von anderen und lasse das nebenbei laufen und lasse mich berieseln irgendwie. Und arbeite an das, was ich gerade arbeite. Genau. Ich denke, das Tuch wird ganz cool. Das wird noch ein bisschen dauern. Weil Tuchmusse habe ich gerade nicht so. Aber ich möchte gerne immer mal ein Tuch auf den Nadeln haben oder zwei. Je nachdem, wie ich gerade Lust habe. Um für den Kanal dann auch immer Stoff zu haben. Weil Tücher sind relativ schnell bei mir eigentlich gemacht und eigentlich auch abgedreht. Aber wenn ich mir keine vorbereite, dann halt auch nicht. Deswegen versuche ich jetzt ein bisschen wieder, jetzt hatte ich keine Tücher mehr. Ich habe jetzt alle online und deswegen versuche ich jetzt wieder ein paar Tücher auf den Nadeln zu kriegen, um wieder ein bisschen Vorlauf zu haben. Genau. Und das war Tuch Nummer eins. Ich denke mal, ich werde diese Woche nochmal ein Tuch anfangen. Mal gucken. Ich habe diese schöne Regenbogenbobbel von der Franziska. Und ihr habt euch da ja auch schon eine Sternendecke zugewünscht, beziehungsweise ein Sternentuch. Vielleicht mache ich das. Vielleicht fange ich damit an. Mal gucken. Genau. So. Jetzt haben wir das erstmal. Jetzt können wir uns nochmal mein gepaintetsten angucken. Ich habe ein bisschen gepaintet. Ich mache es ein bisschen hoch. Achtung, alle, die painten tun, Augen zu. Ich weiß, dass es nicht so aussieht, wie es aussehen müsste. Weil ich mit den Folien auch nicht so umgehe, wie sie. Und ich glaube, so sieht das jetzt aus. Ich habe halt, ich habe mal halt viel Einzelnes, das geht nach oben weg, noch viel Einzelnes mehr. Du hast hier die Hand und dann den Elefanten. Und das ist ein Riesen-Painting-Bild von der Teenie Schnick-Schnack. Könnt ihr ja mal gucken, gibt es hier auf dem YouTube-Kanal, gibt es die Teenie Schnick-Schnack auch. Da zeigt sie auch immer, wie sie eure Bestellungen einpackt und sowas. Gucke ich auch total gerne. Kann man sich einfach auch mal berieseln lassen. Ich weiß auch nicht. Ich gucke immer gerne Sachen, wo man sich berieseln lassen kann. So. Achtung, das einmal hinlegen. Und dann kommen wir mal kurz zu einem Unboxing, beziehungsweise zu einem Auspack-Video. Beziehungsweise ich habe es schon ausgepackt. Ich kenne es schon, aber ich wollte es euch nochmal zeigen. Ich habe nämlich bei einem Diamond-Painting-Shop diesmal bestellt, bei einem Großhändler. Aber ich weiß, ich möchte das eigentlich immer nicht so. Ich sage das auch immer wieder, dass ich das eigentlich nicht möchte. Aber. Als ich das bestellt habe, habe ich gedacht, ich kann mein Kind dazu animieren, dass er mitmacht. Kann ich vergessen. Führt keinen Weg ran. Und deswegen muss ich das denn irgendwann selber painten, beziehungsweise wird das eine, wird ein Geschenk. Und das werde ich weiter verschenken. Hier hast du erstmal die Steinchen drinne für beide Bilder. Und da kann ich euch auch mal die Bilder zeigen. Also ich habe einmal unseren Timmy bestellt als Bild zum Painten. Das werde ich painten, wenn ich mit den Großen hier fertig bin natürlich. Und dieser Löwe hier, den werde ich verschenken. Das wird ein Geburtstagsgeschenk. Genau. Ja. Und hier drinne hat man immer, hier sind diese Sachen, die man da zusätzlich für braucht. Ich benutze die meisten nicht. Ich habe meinen eigenen Stift und sowas alles. Genau. Da hat man dieses Wachs, diese Stiftchen, Pinzette und Schiffchen und sowas alles drin. Und naja. Beziehungsweise ich habe ein Schiffchen aus dem, das reicht mir eigentlich. Und einen Stift habe ich mir nochmal extra zusätzlich bestellt. Ja. Genau. Und eigentlich wollte ich, dass mein Kind unsere Katze paintet, unseren Timmy. Dem fehlt bloß noch unser Bommel. Da habe ich noch kein schönes Bild gefunden. Wahrscheinlich werde ich da eins selber machen lassen. Also dass wir beide denn gepaintet haben. Weil man könnte da jetzt auch Fotos. hinschicken. Aber darüber habe ich nicht nachgedacht in dem Moment. Ja. Genau. Man erkennt noch gar nichts. Ich bin gespannt, wie sich das machen lässt. Und hier bei den Löwen, der ist natürlich kunterbunt, aber trotzdem ganz cool. Ist zur Zeit gerade die Alternative zum Sticken bei mir. Nur der Müll ist eine Katastrophe, der dabei entsteht. So, jetzt packe ich das wieder ein. So. Packen wir das wieder weg. Genau. Habe ich das euch auch gezeigt. Achtung, dann haben wir alles. Dann wäre das heute fast unser kompletter Podcast. Da ich aber euch gesagt habe, wir wollen immer eine Kiste auspacken, sind wir jetzt dabei, auszupacken. Und ich sehe schon, das wird eine Kiste, wo ich mehr behalte als weggebe. Ob das eine Behaltenkiste all generell schon war? Ich weiß es nicht. Das könnte tatsächlich sein. Okay. Also wir haben hier von Häkel mit Niki eine Jacke. So erfahrt ihr nochmal von welchem welches Anziehteil ist. Also Häkel mit Niki ist das die Sunshine. Die Sunshine. Die müsste es auf Quasi-Patterns geben. Ich habe das jetzt aus irgendeinem Heft rausgehabt. Das war in irgendeinem Häkelheft drin. Und da habe ich sie nachgemacht. Genau. Also nachgearbeitet. Nach der Beschreibung gearbeitet. Um Gottes Willen. Also Häkel mit Niki. Die Jacke. Die hätte ich natürlich. Ist meistens so, was ich mir aus Fremdanleitungen gemacht habe. Bleibt meistens bei mir. Das kann ich schon mal so wie gar nicht schon mal verraten. So. Das hier ist keine Fremdanleitung. Die bleibt trotzdem bei mir. Das ist meine Soul Sister. Wo ist oben? Wo ist unten? Ach, das da. Genau. Die bleibt auch bei mir. Das ist jetzt eine Häkelanleitung von mir. Die findet ihr in meinem Etsy oder meinem Boschi Shop. Und wie gesagt, das ist die Soul Sister. Und ja. Die bleibt bei mir. Aber so eine Jacke werden wir auch nochmal demnächst häkeln. Genau. Nicht viel zu sagen. Zu den Garnen. Und das da war die Niki, die Häkel mit Niki Jacke war einfach verhäkelt mit einer Bobbel vierfädig, glaube ich. Aber fragt mich nicht, welche Bobbel. Ob das auch noch eine Garnperle war? Ich glaube nicht. Das hier waren zwei Garnperlen. Die habe ich doppelt genommen. Die waren dreifädig. Also ist die Jacke sechsfädig geworden. Genau. Die bleibt natürlich auch bei mir. So. Stricksachen bleiben meistens auch bei mir. Kann ich auch schon mal sagen. Das hier ist meine Lovely Luna. Meine erste Lovely Luna. Und ja, wir müssten mal wieder eine neue Lovely Luna anfangen. Und es wünschen sich auch ganz viele, dass die Lovely Luna mal häkeln tue. Aber ich weiß es noch nicht. Ich bin da noch nicht so überzeugt von, dass ich die häkle. Das Iwähnchen hat die ja, glaube ich, gehäkelt auf den Nadeln. Oder hast du schon fertig? Ich weiß es nicht. Du hattest ja deine Strick-Lovely Luna. Hattest du ja jetzt fertig. Genau. Also das ist meine Lovely Luna aus Malabrigo Garn. Aus Dirios. Relativ dickes Garn. Und ich glaube, ich habe das auch mit einer Vierernadel verstrickt. Genau. Ja. Schön mit der Kapuze dran. Super schön. Und eigentlich müsste ich noch mal eine machen. Genau. Die bleibt auch bei mir. Hier ist etwas... Teilt schon. Da wurde auch unter meinem letzten Kanal gefragt. Zwar nicht nach diesem Pulli. Aber das ist ja dieselbe Anleitung. Deswegen kann ich das zeigen. Nachdem der gefragt wurde, den gibt es nicht mehr. Der ist schon bei meiner Schwester eingezogen. Und der hier bleibt aber bei mir. Das hier ist der Zweig von der Catelyn Hunter. Das hier war mein erster Zweig von der Catelyn Hunter aus Polygarn. Ihr seht, der sieht noch gut aus. Ist nichts mit passiert. Ist auch schon drei, vier Mal gewaschen. Das Wichtige ist, der darf halt nicht in Trockner. Und das Rosane ist Baumwollgarn. Und ja. Er darf halt nicht in Trockner. Ansonsten sind die genauso langlebig. Ich schwitze da nicht drin. Ich finde das okay. Und für Anfänger ist das besser, als ihr euch super teures Garn kauft. Wie die Malabrigo. Die war super teuer. Hat nicht ausgereicht. Ich musste noch was nachbestellen. Dann ist das schon ein bisschen ärgerlich. Und als Anfänger völlig okay. Genau. So, jetzt sehe ich, da ist was drin. Das gehört dann natürlich nicht rein. Das ist nicht handgemacht. Bleibt aber auch bei mir. Dann haben wir hier das Teil mit der Strickmaschine. Was ich euch eigentlich auch immer als Video schon versprochen habe. Ewig. Das immer noch nicht in den Eingriff genommen habe. Weil ich zur Zeit auch keine Lust auf die Strickmaschine habe. Das werdet ihr da gemerkt haben. Wir haben schon ewig kein Video mehr mit der Strickmaschine gemacht. Also, der ist mit der großen Adi King Size Strickmaschine gemacht. Der Ärmel in Runden. Und diese Oberteile halt in Hin und Rückreihen gestrickt. Vier Stück. Weil vorne zwei, hinten zwei. Dann wieder den hier komplett in Runden. Und die Bündchen sind jeweils alle angehäkelt. Genau. Und hier drin einfach zusammengenäht. Gehäkelt. Zusammen gehäkelt. Jawohl. Ja. Der muss bei mir bleiben. Den kann ich keinen anbieten. Beziehungsweise könnt ihr auch auf die Spendenliste. Dann habe ich ihn aber aus den Augen. Und denke nicht daran, dass ich euch dafür noch eine Anleitung machen würde. Also bleibt da erstmal. Oh mein Gott. Das ist echt eine Kiste, die bleibt. Das ist ja... Okay. Aber sie ist leer. Hätte mir ja mal jemand sagen können, dass ich schon eine Sortierung gemacht habe. Ja, aber wie viel Kram ich habe, ne? Okay, dieser Seelenwärmer, das ist mein Seelenwärmer Fadenspiel-Design. Den findet ihr nur auf meinem Kanal. Ja, der wird hier aus der Mitte heraus ganz einfach gehäkelt mit den Blümchen da. Fangen wir an. Und dann häkeln wir hoch das Quadrat. Und dann kommen hier noch so eine Bobbelmuster rein. Und ja... Kleine Bündchen an den Ärmchen. Man könnte auch die Ärmchen jetzt relativ noch ein bisschen verlängern. Aber ich habe die so gelassen, weil das mein Sommer von Seelenwärmer ist. Und ja, noch ein Bündchen ringsherum gehäkelt. Und fertig ist der schöne Bolierung. Gehäkelt mit einem Fadenspiel-Design-Garn, was ich gesponsert bekommen habe. Deswegen heißt der Seelenwärmer auch Fadenspiel-Design. Falls ihr euch da wundert. Den habe ich extra für ein Unboxing und für eine Anleitung gesponsert bekommen. Und ja, da ist er. Und ich habe noch zwei Garne zu liegen, die ich eigentlich von Fadenspiel-Design gesponsert bekommen habe. Aber ich noch nicht in Angriff genommen habe. Das wären auch Seelenwärmer für euch. Jetzt muss ich erst mal in Angriff nehmen. Das wäre mal eine tolle Idee. Das könnte man ja mal machen. So. Was soll ich sagen? Es bleibt dabei. Das hier ist die Polly Winterschlaf. Auch aus einem Garn von Fadenspiel-Design. Und die bleibt auch bei mir. Ich hoffe, dass das bei der nächsten Kiste ein bisschen besser wird. Dass dann auch mal ein bisschen was dabei ist, was ich euch, was ich in meinen Shop rein stelle, beziehungsweise was ich spende. Also, ja, eine RVO-Strickjacke. Du hast hier irgendwo die Radlandlinien. Genau. Und dann wird da zugenommen. Warum hängen hier Fäden? Okay. Sehr schön. Zugenommen, bis es unter den Armen passt. Die Arme extra dran gehäkelt. Und dann hier in die Länge gearbeitet. Wobei ich hier in der Länge ab einem gewissen Punkt so ein bisschen Muster gemacht habe. Ganz einfach. Und dann ringsherum wie ein Viereck. Weil es ist ja ein Viereck, was man da gehäkelt hat. Ringsherum ein Wünschchen. Genau. Nochmal so rumzeigen. So. Zack, zack, zack. Genau. Das ist die Anleitung. Die findet ihr hier auf meinem Kanal. Und der Faden, der stört mich jetzt. Den müssen wir nachher abschneiden. Oh mein Gott, mein Kleiderschrank ist schon wieder voll. Ich hoffe, dass die anderen Kisten, die letzte Kiste wird eine Riesenkiste. Da wird definitiv ein bisschen was verschwinden. Mir fällt es auch so schwer, mich von den Sachen zu trennen. Es tut mir leid, ne? So, was natürlich super bei mir bleiben muss, weil geht immer, sind diese Boleros. Zu diesem Bolero, den werde ich mir gleich mal extra legen, wollte ich euch eigentlich nochmal eine schriftliche Anleitung auf Insta machen. Ja, weil dafür gibt es keine Anleitung. Den habe ich einfach nach der Polly gemacht. Also die Jacke, die eben da war, habe ich einfach mit einer Drop Safran den Rackladen gemacht, bis es unter den Armen passt. Dann geschlossen. Dann hier mit einer Action-Aktionsbobbel von Askea habe ich hier dieses Glitzer-Abteil gemacht. Dann habe ich Fadenspiel-Design benutzt für das Bündchen und für die Arme. Und für die Umrandung ist auch Fadenspiel-Design. Genau, ein Knöpfchen oben dran und gut ist, ne? Das Einzige, was hier ein bisschen anders ist, ist, dass ich hier oben ein bisschen Muster eingearbeitet habe und aber eben das Muster unten am Körper weggelassen habe und es eben ein Bolero ist für meine Kleidchen-Sammlung. Genau. So, dann kommt noch ein Seelenwärmer, der bleibt definitiv bei mir, weil den habe ich geschenkt bekommen in einem Tauschpaket. Da kann ich euch zu den Garnen gar nichts sagen, aber wir haben hier die Mitte und eventuell mache ich vielleicht mal dazu noch eine Anleitung für euch fertig, also nochmal, dass ihr wisst, wie dieses Faunenmuster gehäkelt wird. Das ist super einfach. Ich denke mal, man könnte es auch so erkennen. Und dann wird einfach ein riesen Viereck damit gehäkelt, die Arme hier an den Seiten zugemacht und schon hat man einen kuscheligen, riesigen Seelenwärmer, den man sich über die Schultern schmeißen kann und auf dem Balkon sitzen kann. Der bleibt auch definitiv bei mir, weil, wie gesagt, den habe ich geschenkt bekommen. Und damit ist unsere erste Kiste leer und ich habe nichts aussortiert. Das funktioniert nur so semi-gut, ne? Ich dachte, das funktioniert ein bisschen besser, aber das funktioniert echt nur semi-gut. Ach je, aber ihr habt alles nochmal gesehen. Ich konnte euch nochmal ein bisschen was dazu sagen, wenn auch nicht viel. Die eine Jacke tue ich mir gleich mal beiseite, weil, wie gesagt, da kriegt ihr eine Insta-Anleitung von mir. Ich denke mal, dass es schriftliche Kaufanleitungen wird es so in dem Sinne nicht mehr geben, außer ich habe ultra viel Zeit, kein Kosmetikstudio mehr, was ich bedienen muss. Dann wird es vielleicht nochmal wieder schriftliche Anleitungen geben, ansonsten wird es immer nur Videos geben oder auf Insta und Facebook eben ein paar schriftliche Varianten. Ich denke mal, dass ich keine, weil das lohnt sich nicht. Also bei mir lohnt sich das nicht, der ganze Aufwand, weil das ist doch eine Menge Aufwand, diesen ganzen Kram zusammenzuschreiben, machen, tun, drüberlesen, anderen drüberlesen lassen, trotzdem 20 Fehler drin. Und das lohnt sich alles. Der Aufwand, das ist so ein Riesenaufwand, den man da betreibt. Und Etsy ist ziemlich teuer und auf anderen Plattformen möchte ich nicht verkaufen, hat gewisse Plattformgründe, ist aber okay, müsst ihr euch nicht dran stören. Das ist meine persönliche Meinung und Abneigung. Genau. Jut, ihr Lieben. War schön, oder? Hat genau das gepasst, was wir machen wollten. Okay. Naja, egal. Ich habe euch ganz viel erzählt. Wir hatten ganz viel Ärger zwischendurch. Die Katzen schlafen jetzt. Jetzt können sie schlafen. Vorhin musste ich dreimal neu anfangen. Ich habe keine Ahnung, wann das Video gestartet hat, wann nicht, weil ich musste dreimal neu anfangen, weil die Katzen sich so verprügelt hatten. Dann hatte ich hier schon Wollknäuel liegen, damit ich die Katzen mit Wollknäuel bewerfen konnte. Hat nichts gebracht. Und dann musste ich mir tatsächlich die Sprühflasche holen. Und jetzt schläft er. Ja, also eine Wassersprühflasche. Das mache ich übrigens auch, wenn er an meine Blumen geht. Dann war der eben nassig schrotz. Dann muss er mit leben. Er weiß, dass er da nicht rangehend zu hat. Und ein bisschen Erziehung muss auch sein, und er versteht es ja sonst nicht, ne? Ja, ja. Ja, meine Lieben. Es war wieder ein sehr schönes, erholsames, freudiges Video mit euch zusammen. Ich weiß, ich spreche immer mit der Kamera, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als wärt ihr dabei. Und wir können uns zusammen unterhalten. Und ich habe fast was vergessen. Wir wollten uns ja noch Anfrage-Antwort-Video stellen. Und wo habe ich meinen? War es einer, wo ich mein Telefon gelassen habe? Ach, da. Dann können wir mal noch mal kurz. Wenn das jetzt alles nicht interessiert, dem wünsche ich noch einen schönen Nachmittag. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video wieder. Ja, bestimmt. Und ich gucke mal kurz durch. Ich habe noch nicht alle Nachrichten beantwortet, das weiß ich. Ich bin noch dabei. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, das war so nicht. Es waren ja nicht so viele Fragen. Ihr habt ja nicht so viele Fragen gestellt. Wie bist du zum Häkeln gekommen? Da ist eine Frage. Und wann? Ihr liebe Steffi fragt. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich eure Namen nenne. Also okay. Bei Steffi ist es okay. Sie hat selber einen Kanal. Ich denke mal, da ist das okay, wenn ich die Namen sage. Bei allen anderen gucke ich mal. Eigentlich ist es doch Brille, oder? Weil ihr habt es ja als Kommentare geschrieben. Eigentlich ist es Brille. Wie bist du zum Häkeln gekommen? Und wann? Zum Häkeln bin ich tatsächlich gekommen. Über Pfirsichtteufel. Hallo? Ja, keine Ahnung. Es fing damit an, dass ich ihre Figuren so süß fand. Und mein Sohn eine Kaufsucht hatte. Bei Pfirsichtteufel. Weißt du noch? Der hat ganz viele Figuren von ihr. Und wir haben auch Tauschpakete gemacht, wo sie mir ganz viele tolle Figuren geschickt hat. Und die stehen hier alle irgendwo rum. Und bei den kleinen Figuren muss ich immer aufpassen, dass die Katzen nicht da dran gehen. Und mein Sohn war relativ klein damals noch. Er hat die auch schon gut verspielt. Also die Armfiburen. Aber sie bleiben noch irgendwo in der Kuscheltierkiste. Ja, das Kind ist fast 14 und hat eine Kuscheltierkiste. Ja, also angefangen hat es dann mit Pfirsichtteufel, dass ich ihre Werke so toll fand. Und dann habe ich mich dafür angefangen zu interessieren. Das war, keine Ahnung, war das 2011, 2012 so in dem Dreh. Und dann fing ich an, relativ schnell zu häkeln und mir selber Gedanken übers Häkeln zu machen. Ich hatte dann auch keine Lust, mir teure Anleitungen zu kaufen, weil ich das dann meistens auch nicht verstanden habe, was die Leute von mir wollen. Und dann habe ich angefangen, YouTube-Videos ganz viel zu gucken und habe mir darüber das beigebracht. Genauso wie das Stricken. Das ist irgendwie 2018 irgendwie dazugekommen. Also relativ spät. Und das habe ich mir auch bloß über YouTube-Videos angeeignet. Genau. Jetzt bin ich dazugekommen. Ja. Nächste Frage. Von der lieben Valerie. Hallo Valerie. Sockenhäkeln. Ja, ich habe schon mal Socken gehäkelt. Aus dem schönen Garn von der lieben Strick-Biest auf Instagram. Sie hat nämlich Garne verkauft über die Kleinanzeigen. Und darüber bin ich zum Sockenhäkeln gekommen, weil Sockenstricken eher so nicht mein Ding ist. Nee, eigentlich gar nicht mein Ding ist. Weil du musst es ja zweimal machen. Um Gottes Willen. Nein. Nein, warum machen Menschen sowas? Nein. Nein. Also Socken total. Nein. Danke. Stricken. Stricken. Häkeln geht wieder, geht schneller. Ich habe eine Zeit lang auch Socken nur für meinen Sohn gehäkelt. Ähm, relativ viele. Ähm, und. Jo. Wir werden jetzt aber andersweitig mit Socken versorgt. Deswegen stricke ich und häkle ich keine Socken. Die werden mir immer mitgebracht. Ähm. Ich kann euch eine Sockenanleitung empfehlen. Tatsächlich, äh, von der Romy Fischer hier auf YouTube. Die hat gute Sockenvideos zum Häkeln. Und, ähm, Curcuma Tutorials. Tutorials. Hat auch super Socken. Also er hat eine super Sockenanleitung. Da könnt ihr mal vorbeigehen. Und es gibt noch, ähm, noch wen anders. Aber da komme ich jetzt zu. Ich glaube, Maschenmarie hat auch noch ein super Sockenvideo. Aber im Großen und Ganzen fällt mir jetzt Romy Fischer nur ein. Die hat richtig gute Videos zu dem Thema. Da könnt ihr gerne mal vorbeigehen. Ansonsten, ja, es wurde sich bei mir auch schon Sockenvideos gewünscht. Ja, ich habe auch welche zu liegen. Aber, ähm, dabei ist es auch geblieben bis jetzt. Meistens eine Socke und dann liegt sie. Ja, also das ist... Aber ich gucke mal, ob ich... Irgendwann vielleicht doch auch meine Socke rausbringe. Mal gucken. Mal gucken. Ähm... So, warte, da kommt noch eine. Ähm, Erfahrung mit handgefärbten Garn. Jein. Also, ich kaufe keine handgefärbten Garne, weil es mir einfach zu teuer ist. Die Bobbeln sind schon teuer. Dann noch handgefärbte Garne ist mir zu teuer. Und, ähm, sie sind mir auch nicht meine Fasern. Ja, also, ähm, könnte man so sagen. Also, ich habe kaum Erfahrungen mit, ähm, gefärbten, handgefärbten Sockengarn. Eher mit, ähm, also von Strickbiest, die kenne ich schon. Und von Wollkekse, Sandra, die Garne kenne ich auch. Davon hatte ich auch schon mal was. Ähm, super schöne Garne. Auch super schön zum Verarbeiten. Ähm, es gibt tatsächlich Qualitätsunterschiede. Damit kenne ich mich auch nicht aus. Äh, weil ich, wie gesagt, ähm, erst mal super empfindlich bin, was Tierfasern angeht. Und ich einfach Tierfasern auch nicht verarbeiten möchte. Und, ähm, deswegen... Also, wenn, dann verarbeite ich sie nur, wenn ich sie geschenkt bekommen habe. Ja, also, das ist ja noch mal was anderes. Wenn ihr hier Tierfasern seht, könnt ihr euch sicher sein, habe ich geschenkt bekommen. Ja, also, darum, ich kenne mich damit nicht so aus. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn die 20 Mal gewaschen sind. Ähm, dieses, ähm, mit Häkeln und 20 Mal waschen. Damit kenne ich mich schon aus. Passt bitte auf, wenn der Mann Würsche wischt, dass er nicht den Trockner benutzt. Ja, es ist schon so einiges von mir eingelaufen oder ausgelaufen. Also, zwei, entweder war es fünf Nummern kleiner oder fünf Nummern größer. Kein Trockner benutzen. Definitiv, nein, mach das nicht. Andererseits, meine Bobbeltücher hatte ich auch schon dreimal in dem Trockner. Das, also, Tücher aus 100% Baumwolle, also aus 100% Baumwolle sowieso. Und aus diesem Poly-Baumwollgemisch, die können gerne auch mal im Trockner landen. Passiert eigentlich in der Regel nichts mit. Und, außer, es ist das 20. Mal Trockner, aber wer wäscht so oft seine Tücher. Die Tücher braucht man so oft nicht waschen. Also, in der Regel passiert es mir nur, wenn wir unterwegs sind. Und, ähm, also mit dem Camper unterwegs sind. Und dann fahren wir meistens so Waschsalons an oder sowas. Und da kannst du ja keine nasse Wäsche mitnehmen. Da schmeißen wir das alles im Trockner. Und da passiert es, dass so eine Tücher dann auch mal im Trockner landen. Genau, ansonsten nicht. Und reine Baumwollsachen können wir eh bei 60 Grad waschen. Da passiert in der Regel auch nicht viel. Auch nicht viel. Ich möchte nicht sagen, dass da nichts passiert. Da passiert vielleicht auch was. Aber, ach, ich mach mir da sowieso nicht so eine Platte. Wird ihr waschen, was ihr waschen werden muss. Außer mit dem Trockner, da muss man vorsichtig sein. Und wir sind leider so die Personen, die gerne viel in den Trockner schmeißen, weil wir eben doch viel, viel Katzenhaare hier haben durch Timmy und Bommel. Und deswegen werden die Klamotten relativ oft im Trockner reingeschmissen. Genau, so. Dann kommt noch die Frage, was ich davon halte. Hatte ich jetzt, glaube ich, schon genug ausgehalten. Ich halte nicht so viel von handgefärbten Garnen. Es tut mir leid. Ich halte auch nicht so viel davon, dass so viele Leute handgefärbte Garnen anbieten. Ich halte aber auch nicht so viel davon, dass es so viel Bobbeln gibt. Also, dass jeder Bobbeln wickeln muss, da halte ich auch nicht viel von. Aber, naja, muss jeder selber wissen. Schließlich schreibt auch fast jeder eine Anleitung. Also, von daher muss auch jeder selber wissen. Ja, gönne ich jedem, wenn er Erfolg mit hat. Aber mich nervt es, wenn jeder dritte Podcaster zum Beispiel, wenn es nur noch Podcaster gibt, die Anleitungen schreiben, Bobbeln wickeln oder Handfärber sind. Und meistens sind diese ganzen YouTuber, die es zurzeit gibt, sind alles Handfärber. Das nervt mich ein bisschen. Es tut mir leid. Weil dann sind das auch meistens so Werbesendungen. Oh mein Gott, jetzt hole ich mir gerade die ganzen Feinde. Jetzt kriege ich bestimmt ganz viele böse Nachrichten. Aber das ist so. Es sind einfach Werbevideos den ganzen Tag. Ich mache auch nicht den ganzen Tag Werbung für meine Shops. Tut mir leid. Das ist so meine Meinung. Oh mein Gott, jetzt hören wir aber auf. Tut mir leid. Meistens schalte ich ab. Wenn wir, oder spule vor, wenn es die ganze Zeit über handgefärbte Wolle, oh ich habe das gefärbt, oh guck mal und das und das, das ist cool. Das nervt mich auch. Also mich persönlich. Ja, und ich spule meistens oder schalte ab. Weil das ist mir dann, das ist mir einfach, dazu gucke ich den Podcast nicht. Oh ich bin gemein, oder? Ich kriege glaube ich jetzt ganz viele Däumchen runter und ganz viele D-Abos. Aber das ist halt meine Meinung. Das muss auch mal raus. Tut mir leid. So, Erfahrungen zum tunesisch häkeln. Ja, ich habe Erfahrungen mit tunesisch häkeln. Ich habe vorhin in der lieben Ewänchen, also mit der lieben Ewänchen, nicht von, schon mal ein Oberteil gehekelt, tunesisch gehekelt. Und wenn ihr Glück habt, seht ihr das das nächste Mal, wenn ihr Pech habt, erst in der Folge danach. Genau. Also da kann ich es euch zeigen. Aber das ist das Einzige, was ich tunesisch gehekelt habe. Ich wollte dann immer mal schon noch ein Tuch tunesisch häkeln. Habe auch jedes Mal schon angeschlagen. Gefällt mir alles immer nicht. Warum kann ich mir diese Nachricht nicht genau angucken? Achso, da ist wieder das mit den tunesisch häkeln. Tut mir leid. Also zweimal tunesisch häkeln. Ja, ich habe Erfahrungen mit, macht super Spaß. Aber ist auch nicht für jedes Garn geeignet. Also wenn ich jetzt mit Bobbeln tunesisch häkle, nervt es mich schon wieder. Weil du ja diese einzelnen Fäden hast. Und ja, keine Ahnung. Aber zum Beispiel mit handgefärbten Garn kann man bestimmt gut tunesisch häkeln. Weil dann hast du ja bloß diesen einen Farben. Genau. Also ich wollte mal, ein Oberteil habe ich schon tunesisch gehäkelt. Das zeige ich euch. Eventuell, wenn ihr Glück habt, das nächste Mal. Ansonsten die andere Folge. Und ich werde wahrscheinlich nicht daran denken, dass ich euch das erzählen wollte. Werde ich bestimmt nicht daran denken. Und ja, das war es eigentlich. Mehr tunesisch gehäkelt habe ich nicht. Ich häkle nur. So, ich hoffe, ihr habt mich noch lieb. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass einige, wenn überhaupt hier andere Podcaster mit zuschauen. Ich glaube, dass einige jetzt sagen, und tschüss. Aber ja, Entschuldigung. Es tut mir echt leid. Aber das ist halt meine Meinung. Und das, mein Mann muss sich das auch immer anhören, wenn ich den Anfänger zu meckern, dann sagt er immer, ja, dann spul doch. Ja, genau. Ich bin ja hier nicht auf eine Tupperfahrt. Oder wie nennt man das? Kaffeefahrt, ne? Wir sind ja hier nicht auf eine Kaffeefahrt. Ja. Okay, ihr Lieben. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ihr konntet was mitnehmen irgendwo in irgendeiner Richtung. Ihr habt euch gefreut über das Video. Ich habe mich auch sehr gefreut. Und jetzt kann ich es auch sagen. Ich freue mich wie immer über ein Däumchen, über ein Abo und über einen Kommentar. Ja. Genau. Ja. Genau. Ja, dann sehe ich, dass ihr Freude habt. Das wisst ihr. Und mir macht das auch Freude. Und ich versuche auch wieder eure Kommentare alle zu beantworten. Ich mache das jetzt immer schon nebenbei während des Hula-Hups. Ja, das ist Zeit, die verloren geht. Während ich eine Stunde Hula-Hoop mache, kann ich auch eine Stunde eure Kommentare beantworten. Aber leider bleiben dann immer noch so viele übrig. Ich habe auf Insta noch ganz viele Nachrichten, die ich beantworten muss. Dann finde ich bei Facebook ständig Nachrichten, was ich nicht verstehe. Warum kann Facebook das nicht einfach anzeigen, dass da eine Nachricht ist? Das ist so kompliziert. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Es war sehr schön mit euch. Seid schön kreativ. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Genießt das Wetter. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.